Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Hardcore. Wir werden heute alle sterben in der Folge. Könnt ihr euch da vorbereiten drauf. Ähm, Filide, ach egal. Ach Danny, wir bauen uns zurück. Lass mal, lass mal wieder alles. Das war doch der Plan. Ja, das bringt ja nix. Easy going, ich mach den weg, Junge. Willst du ihn echt machen? Achtung. Achtung. Scheiße. Ich bin tot, ich bin tot. Nein, bitte nicht. Oh, er ist tot. Leute, tot dich, Alter! Oh, so gut. Bin nicht, bin tot. Gleich. Du bist nicht tot. Ich habe ihn getötet. Jetzt muss Popel auch mal ein bisschen auf safe gehen, mit 38, das ist auch nicht mehr so viel. Mann, ne, ich wollte auch in Nether gehen, ey. Ja, ne, ich werde wahrscheinlich auch mitkommen in Nether. Ach, ne, also nein, natürlich, du gehst natürlich in Nether. Mann, wir machen das so wie in der letzten Season. Ach so, dass Popel unter dir abbaut und du runterfällst? Nein. Das warst du, Danny. Nein. Nein. Es ist einfach so dumm gewesen, das wieder zuzumachen, das Loch. Nee, Quatsch, ich hab doppelt abgebaut. Weil du Blöcke von mir gesetzt hast. Hat irgendjemand einen Flint? Ja, oben in der Truhe. In der Kiste ist ein Flint auf jeden Fall. Oben in der Truhe vor dem Portal. Oben in der Truhe vor dem Portal, Mann. Ich hab auch Flints, also von daher. Ja, du bist aber behindert. Also, ich glaube in der linken, in der rechten Truhe, in der rechten ist eigentlich. Ja, alles klar. Benni, geh mal, geh mal schon mal zurück. Was soll ich denn da? Da haben wir ja einen schönen Eisen erstmal. Stimmt, diese Aufnahme gehen wir eh nicht mehr in Nether. Stimmt. Ne, ich werde kurz generieren müssen. Du hast übrigens Eisen übersehen. Oh, dann nehmen wir bitte mit. War nur ein Block. Cool. Kommst du mit Popel? Mal reingucken kurz? Jaja, warte. Also, ich komm gerne mit. Why not, ne? Mit meinen 38G. Ach ja, safe. Los, komm. Ihr seid ja eigentlich an dem Enderman vorbei gekommen. Oh ja, schön, geht ja gut. Geht ja gut, die größte Portalhälfte. Wir haben, wir spielen 1,6. Achso, das geht auf der Endseite. Oh Gott, stimmt. Das können wir jetzt aber nicht mehr abbauen, ne? Oh mein Gott. Ey, Torsten, wie dumm bist du eigentlich, ne? Wie soll ich das wieder? Ich hab mehrmals gesagt, dass das nicht geht. Alter, meine Frisse, ey. Ey, es hat gar keiner gesagt, dass das nicht geht. Die Intelligenz pur hier im Haus. Es hat keiner gesagt, dass das nicht geht. Alter, ich hab gesagt, das geht nicht. Ey, du hast gesagt, das ist voll unnötig. Ich hab gesagt, wir müssen das so machen. Du hast gesagt, das ist voll unnötig. Dann lass uns nochmal... Kommt ihr trotzdem durch? Nein! Achso, ich kann mal durch. Ja, es kann ja sein, dass... Danny, Danny, bereid mal kurz, bereid mal schon mal vor. Ich hör mir nochmal die Eimer. Das schaff mal in der Folge schnell. Ups. Achtung, Willi, ich will kurz durch. Lauf. Danny, bereid mal kurz vor. Ich hasse... Danny, bereid kurz vor. ...mehr als andere Menschen. Ich hasse das nie so. Ja, aber ihr habt doch auch nicht dran gedacht. Aber sie ist ein Apfelbaum. Ihr braucht jetzt gar nicht anfangen zu... Mojebaum! Ey, die, 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 die... Suche Intelligenz hier, Alter. Ohne Wissen. Mojebaum. Ihr habt auch nicht dran gedacht. Moje, Mojebaum. Das ist sogar ein zu hoch. Mann, du kannst doch nicht mal singen, Alter. Bucht mal kurz durch. Ja, lauf. Danke. Lauf, 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 lauf. Morgebaum. 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 Gibt die gleich mal einen Pikachu, Alter. Oh geil. Pisa. Pisa Sam. Pabitak. Es ist bescheuert. Ich glaub, der macht gar nicht so. Pisa Sam. 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 Nein, Mann. Das war Verschwendung. Nein, Mann. Ja, was bringt denn das uns? Ich will noch... Ja, eine Goldapfel würde mich heilen. So, ich habe... Wir haben... Mädels, wir haben jetzt drei Diamanten. Jetzt macht er Lava rein. Da in das Loch. Warum bauen wir jetzt so ab? Jetzt braucht er nicht mehr so abbauen. Wir haben... Hier, ja. Hier rauf, ne? Nein. Dann würdest du es wieder direkt hin machen, wo was gerade abgebaut hat. Ach ja, stimmt. So muss ich es. Ich habe sieben Diamanten bei. Da unten ist ein Loch. Denn hier hätte ich das hingemacht. Ey, Duschis. Ja, du hast es noch da hingemacht. Ey, Wichser. Mach Wasser drüber. Mach Wasser drüber. Und schütz mich mal bitte. Mach Wasser drüber. Wir haben das Portal fertig. Portal fertig, dann, Tossi. Ja, kommt mal bitte runter und helft mir mal bitte. Woher denn? Bei was denn? Jana, ich muss unten aus der Hülle lebend rauskommen. Willi, hast du mal ein Eisen für mich? Hier ein Eimer. Noch ein Eimer. Und einer mit Lava. So. Warte, Willis, zeig dir was. Ich komme und helfe dich. Ich renne hier jetzt zwar gerade schon lang, aber ich weiß nicht, ob ich überleben tue. Wieso hast du so wenig nehmen? Jana, ich habe 24. Oh, ich weiß nicht, sehe ich. Wo geht es denn hier? Ach, hier lang. War das richtig? Ja, das war richtig. Ach, Gott sei Dank. Ja, das ist richtig. Gott sei Dank. Ich habe zweieinhalb Herzen. Gott sei Dank. Da, na, na, na. Gott sei Dank hat er mich allein gelassen. Nein, bitte nicht. Was denn? Noch ein bisschen enger könnte das sein. So, Leute, wir haben Feuerzeug. Ich habe auch ein Feuerzeug gemacht. Hast du noch eins gemacht? Wahnsinn. Ich habe das Feuer aufgelöst. Ich habe das Feuer aufgelöst. Ich wollte das Portal machen. Ich bin wieder hier. Ich habe gerade jetzt mal rein. Ach, Diamanten. Quatsch, sechs, Diamanten. Ich habe das Feuerzeug mit. Oh, das Feuerzeug. Und wenn es irgendwas ausschießt, ist das Ding. Habe ich bei. Okay. Oh, ich höre schon ein Ding jetzt hier. Ich höre schon. Ja, ja. Was denn? Bau direkt zu. Bau direkt zu mir. Diese Schreier. Diese Schreier. Ich mag Schreier. Ich habe Gas genannt. Ich mag Schreier, genau. Oh, Gott. Oh, Gott. Kann ich mir mit einer Tür mitbringen? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So geht das hier nicht weiter. Oh, Tommy Pigment angreifen. Oh, mein Gott, Danny. Was? Oh, mein Gott. Keine Festung. Schade. So, ich habe jetzt erst mal ein Handy. Festung. Kannst du soweit nicht gucken? Nee, da ist keine Festung, oder? Doch. Da ganz hinten. Echt? Nein, das ist Nestor-Nebel. Du kannst nicht weiter gucken als normal. Ja, gleich. Oh, mein Gott. 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 So, ich soll euch was aus Diamanten mitbringen? Ja, Wasser. Hast du so viel Diamanten? Oh, mein Gott. Ich habe sieben Diamanten gefarmen. Lol. Du Hacker. Dann mach jetzt mal eine Spitzhacke. Ich wäre auch jetzt da rein. Tschüss. Dann können wir ein Crafting-Tel machen. Und wir haben sogar noch genug, um, ne, weißt du selber, was ich sagen will, und vergessen habe, um eine Enchantment-Tel zu machen. Ja. Oho. Hast du nicht gesagt. Du hast ein Crafting-Tel gesagt. Ja, nein, ein Enchantment-Tel. Der Herr, ein Crafting-Tel aus Diamanten. Warte, ich mache, ich mache, ne, ich habe eine Spitzhacke, also bitte keine mehr machen. Okay, ich habe eine Spitzhacke, also bitte keine mehr machen. Ich habe eine der Spitzhacke gerade. Willst du die haben, Wilms? Der Nick, musst du ja hier rin kommen, bist du das Wahnsinn. Ich hole fix was. Warum gehst du überhaupt raus? Ja, ja, ja. Ah, Jungens, ey, reg mich nicht hier auf, Alter. Holst du kurz zwei? Äh, Quatsch, warte mal, wir brauchen vier, glaube ich. Vier oder fünf, ne? Ja, komm rein. Hol mal, hol mal. Ne, ich bin auch schon drin, ich bin wieder in der Außenwelt. In der Außenwelt. In der Außenwelt. Und wir brauchen Kühe. Aber ich will eigentlich nicht rausgehen nach Kühen gucken. Ne, jetzt nicht. Das ist auch zu knapp. Ich hole jetzt schnell noch die, 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 die Dinge. Du kannst dich mal in den Tisch vorbereiten lassen. Ja, nein, dafür brauchst du... Oh my gosh. Haben wir, haben wir gar... Oh my gosh, geil. Haben wir kein bisschen Neder? Ne, ich glaube nicht. Ich gehe nochmal gucken, aber ich glaube nicht. Oh my gosh. Oh my gosh. Was scheinbar das Puppe schwul ist. Ja, ja, sorry. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Tut mir leid, oh my gosh. Oh my gosh. Ne, wir haben gar kein Leder, das ist ein bisschen ätzend. Oh my gosh, we have no leather. Oh my leather. Also bitte Leute, nicht die Diamanten für irgendwas verwenden, wir brauchen die. Für was denn? Für ein Leder. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht für einen Turnway-Table, weiß ich nicht. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh, oh no. Oh. Hat einen Kamin gebaut. Geil. Aus der Mann-Glöcke. Scheiße aus, ey. Nichts kannst du. Aus der Mann-Glöcke. Aus der Mann-Glöcke. Aus der Mann-Glöcke. Aus der Mann-Glöcke. Bestimmt. Ja bitte. So viel Glas verschwenden würden. Wie viel? Ich brauche ein bisschen Glas. Wir brauchen vier. Ganz viel Glas. So viel wie du hast. Ganz viel. Oh, danke schön. Das wird nicht reichen, aber trotzdem danke. Gibst du noch mehr Glas? Hier hast du noch eins. Hier. Bam. Lass ein. Oh. Oh cool. Oh my gosh, danke schön. Alter. Alter. Oh my gosh. Diese Folge heißt bestimmt nicht oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Wer hieß doch nicht. Wahrscheinlich. Oh, hier kommt der Wasser rin. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Oh my gosh. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Oh my gosh. Hoi. Was hat denn Heu jetzt? Das Heu-Jepaar. Hoi. Das Heu-Jepaar. Oh my gosh. Alter. Oh my gosh. Könntest du es mal langsam anlassen? Wie alt seid ihr? Ach. Oh my gosh. Lass das doch mal. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh. Es wird immer schlimmer. Oh my gosh. Es wird immer schlimmer hier. Oh my gosh. Oh my gosh. Alter. Ich würde sagen, der Baum bleibt dir zu stehen, ne? Ja. Oh my gosh. Das ist perfekt. Das ist der perfekste Baum hier. Ich bin... Oh my gosh. Looking awesome. Awesome. Oh awesome. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh. Ich finde keine verfickte Kuh. Oh my gosh. Nimm dich selber. Oh. 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 Ich habe eine Hülle gefunden, ne? Ah, nee. Hülle schon. Deine eigene. Am internen. Es ist wahnsinnig. Two minutes to the end. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Two minutes to start. I am to end. Fast, fast runtergefallen. I am to end. Nein, 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 nein. Oh my gosh. It's nice. Oh my gosh. To the challenge of arrival. Oh, cool. Na? Was geht? Was machst du denn? Oh my gosh. It's too creepy here. Hast du denn hier Zucker oder was? Guys, it's... Ich habe einen Leder. Reicht das? Nein, wir brauchen auch noch Zucker und so, ne? Also, ne? Wie heißt das? So eine Wetter. Also, die aus Zuckerrohr. Zuckerrohr meinst du? Ja. Zuckerblätter. Äh, wir haben doch hier eine Wüste in der Nähe, aber ich will gerade wieder zurückkommen, weil... In der Wüste ist doch kein Zuckerrohr. Natürlich. Doch. Also, ne. Also, ihr haben Ansprungen. Also, ne. Oh my gosh. Ich weiß noch, am Anfang. Oh my gosh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Toosny, in welche Richtung bist du? Toosny, wie viele Augen hast du? Oh, fuck, 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 fuck. Du Toosny, in welche Richtung bist du? Äh, Richtung, Richtung, Richtung Dschungel, falls du dir das was sagst. Ja, weiß ich. Ungefähr. Okay. Okay, Toosny, wie viele Augen hast du? Halt die Klappe, ich muss mich grad... Wie viele davon benutzt du? Oh fuck. Ich weiß nicht genau, wo der Dschungel ist, aber ich weiß ungefähr... Ich weiß, dass er existiert, aber kann ich der überhaupt nicht sagen. So, ne, also... Wow, 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 wow. Alter, jetzt können wir dich auch freuen, Herr O'Ni. Ja, ja, natürlich, hallo. Das ist das... Da ist der Dschungel. Wer ist der, was es überhaupt gibt, ey, ey? Bist du schon im Dschungel, Toosny? So ein Hardcut, ey. Oh Gott, sehr Dank. Ich bin erstmal safe. Nein, ich war noch nicht im Dschungel. Darf ich Tosny fragen, wie viele Augen hast? Ne, 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 ich bin nicht. Vielleicht siehst du irgendwo meinen Namen. Ich hab mich nicht geduckt. Tosny, weißt du wenigstens, warum ich dich frage? Mann, halt die Klappe. Ich bin in der Nähe von so einem Höhlendurchgang, den ihr schon mal ausgeleuchtet hattet, mit zwei Fackeln. Da war aber noch die ganze Kohle drinnen. Ganz so schnell hell und dunkel unterscheiden. Bist du halt drinnen? Ne, ja, auf der Rückseite von der Höhle. Also du siehst dann meinen Namen irgendwo. Okay, ich hol dich kurz ab. Da sind Skelette. Also pass auf. Oh my gosh. Alter. Alter ey. Tosny, ich komm gleich bei euch vorbei, ne? Ja, okay. Mir egal, wo bin ich denn schon schläft. Oh my gosh. Alter, ich boch's den so um. Ich bin drinnen, Tosny. In dem Ding. In dir? Ja, ich seh deinen Namen. Siehst du meinen? Oh my gosh, ich bin in dir drinnen. Oh, was? Äh, ich seh grad nichts, was hier irgendwie gefailt sein könnte. Also hier war grad immer ein Skelett genau von da wo du kommst. Ja, das ist zwei. Oder andere Seite. Lauf mal um mich rum. Ich lauf mal um mich rum. Weil das hat mich grad immer noch gehitet. Oh my gosh, die Aufnahme ist jetzt vorbei. Hardcut. Alter, wir können jetzt nicht. Doch, müssen wir. Opa, wenn du noch einmal um mein Garsch sagst, schau dich um. Ähm. Bitte lass dich nicht explodieren. Bitte nicht. Ja, ich versuch's. Okay, ist tot. Okay. Ähm. Wir müssen mal warten bis Tag ist, glaub ich. Nee, du musst, komm raus hier. Ist safe, Tosny. Ja, okay. Dann lauf ich mich raus. Oder wir enden die Aufnahme und du gehst nach Hause, wenn wir wechseln. Nein. Also, wenn wir wieder anfangen. Wo bist du hier? Ich bin hier. Hau, 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 hab ich mich erschrocken. Lass uns, lass uns, ist ernst glätzig. Ähm, ja, uncool. Ich hab nur Brücke gebaut. Ich hör noch eins, ich weiß nicht, ob das das ist. Könnte es sein... Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hier ist eins drinnen. Wo bist du? Ich bin drinnen. Aua. Linksgehalten. Oh Gott, nee, doch nicht. Aua. Das war's gut. Das war ich. Darf ich den Wald anzünden? Nein. Und wenn ich's mache? Tosny, wir gehen am besten hier über die Bäume rüber. Ist super safe, ne? Oh, unten ist noch ein Skelett. Pass auf unten ist ein Skelett noch. Unten ist ein Skelett. Ist super safe, wenn ich keinen Fallschaden bekomme. Ja, ist mega safe. Ist mega safe. Kann gar nichts passieren, Tosny. Es kann nichts passieren hierbei. Oh my gosh. Es kann nichts passieren. Oh, sorry. Man tut mir leid, ist jetzt total angewohnt. 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 Es war angewohnt. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich hab ne Brücke gebaut. Wir laufen ganz schnell vorbei. Hallo. Sei ernst, ich hab ja extra ne Brücke gebaut. Oh ne? Och Gott. Was schade kriegt hier. Äh, ist das safe hier so? Ah, lol. Die Brücke ist ja voll geil. Aber, ähm, Danny... Ja, ich weiß. Ja. Danny, das ist ein bisschen unklug, weil... Unklug? Durch die Brücke können Creeper und so in unsere Festung kommen. Ja. Das ist ein bisschen unschlau, aber... Ja, dann beleuchten wir das. Boah. Hey Klaus, willkommen zurück. Dankeschön. Dankeschön für die Rettung. Nullzer Schultz. Wie kommen wir jetzt runter? Ähm, vor allem, wie kommen wir da runter? Nein, ich weiß nicht, wer das da so will. Ach, hier. Oh, ich hab nen Fall gehört. Ja. Unkar, schieß auf uns. Unkar, schieß auf uns. Oh, so in der Richtung. Äh, komm mal runter, Wilms. Wo denn? Ja, hinterm, hinterm Baum runter gehen. Ach, hier. Hier. Baut mal zu, baut mal zu. Danke. Du hast genug Leben. Also, ein Klapsch nochmal. Ein Klapsch. 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 Gibt's auch nochmal Klapsch haben? Gib dir auch mal einen Klapsstuhl, ey. So, ihr müsst ein Zuckerrohr farmen, weil... Ja, jetzt geht ihn ja jetzt vorbei. Aber schön, dass wir, dass wir nen Kamin haben. Sehr, sehr, sehr sexy. Was für Kamin? Ich will auch noch Kamin sehen. Wir haben Kamin. Komm mal her. Ja, ja doch. Im Wohnzimmer. Ach, ist das schön. Ja, ist das schön. Ach, was schön. Und wissen Sie, was wir noch haben? Wir haben Kerzen neben dem Kamin. Ah, was schön, ey. Hier, guck mal. Oh, ist das. Oh, ist das romantisch. Hier, guck mal. Kerzen. Ist das romantisch. Oh, was schön. Oh, geil. Was schön. Da hat sie ein bisschen übertrieben die Fackeln, aber ansonsten. Ja, was schön, hier, was schön. Machen wir ein paar Fackeln noch. Ja, was schön. Oh, wir haben ja. Oh, was schön. Wir haben ja. Ausgeleuchtet sein. Ausgeleuchtet sein. Hier, komm mal, Mama und ich hier. Oh Gott, Danny. Hör auf mit Feuer zu spielen. Das Feuer spielt man nicht, hat Mama gesagt. Aber dann würde ich sagen, beenden wir hier mal, wa? Okay, tschüss. Hör rein. Bis zur nächsten Runde. Mit dem Drossny. Genau. Mit dem Danny. Und mit dem Propel. Ich weiß das genau. Ich hab ja noch 19 Leben. Ich wollte einfach nur sagen. Der Danny. Der Danny. Der Danny. Der Drossny. Der Drossny. Und der Propel. Und der Vrems. 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 Vrems mit deiner Vrems. Tschüss. Wir sehen uns beim Vielen Dank.